Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Adventure Map mit den üblichen Verdächtigen Maxi, Patrick und mit mir. Hallo Leute. Hi. Ich häng hier nur so rum. Ich dachte ich hab noch meinen Bauern-Skin. Zum Glück nicht. Nee. Mit tollem neuen Skin. Äh. Ja. Naja, Patrick nicht. Ich hab auch einen. Ja. So, äh, ja. Minecraft Adventure Map. Äh. Die Map heißt Shrinkcraft. Heißt das so? Ich glaube ja, ne? Auf jeden Fall soll hier alles ziemlich groß gebaut sein. Und man soll sich ganz klein fühlen und... Ich lese jetzt erst mal. Häääh! Mami! Mimi! Oh. Oh mein Gott! Gotcha! Hahaha Tschüüüß. Hahahaha AAH Oh! Hu! H Huh! fallen. Fух. Hä? Und jetzt? Wo bist du? Ich bin runtergefallen! Hier ist eine riesene Bibliothek. Warte mal. Warte mal. Hier, die creators! Lese ich jetztmal vor. Ditto46... Ah andersrum. 64. Hammergeil! Fängt gut an! Crazy Kill Cops 2x2 Und irgendeinen Name den ich nicht- W-W-W-W-W-W-W-W-W-W 것으로. Ja, zur Story. You're awake in a strange room. Also, man wacht in einem merkwürgen Raum auf. Hi. Recollection. Ah ja, und wir wissen nicht, was passiert ist. Wir sehen ein kleines Loch. Du denkst, das ist vielleicht ein Ausgang. Aber du bist zu fett. Uh, Patrick, hey, zu fett. Ja, was? Äh, Maxi, kommst du mal wieder zurück? Ja, ist echt so. Hi. Ja, ihr müsst wissen, Maxi ist ein bisschen besoffen. Was? Ja, da scheint ein komischer Punkt an der Wand zu sein. Mit einem Button, also mit einem Knopf. Okay, naja. Regeln, äh... Ah, wir dürfen nur Clay destroyen. Ist hier nicht Clay? Na, geil. Da ist ein Diamant drin. Schon, was gewonnen. Ja. Okay, dann können wir aufhören. Wir müssen die Diamanten, wir hören aufs, oder? Ja. Wir dürfen keine Blöcke halt platzieren und kaputt machen. Peaceful spielen. Machen wir das. Wtf. Spielen wir auf Peaceful? Ja. Gut. Ähm, ja, unser Score hat Diamonds und Goldingots. No cheating. But always one fun first. You may choose to break the rules, although you will not be able to fully enjoy the game. Und so weiter. Okay. Ja, gut. Äh, wo geht's denn jetzt lang? Ja, jetzt ist da so ein Button. Damit was hier runtergefallen ist. Dann ist wohl irgendwas... Irgendwie falschrum funktioniert, ja. Ah, vielleicht ist die Map noch alt. Weißt du, ähm, dass die ganzen Türen und so, die Rätsel und Verkabelung jetzt falsch ist. Naja, dann gehen wir einfach mal hier weiter. Hier ist, glaub ich, so ein Checkpoint-Raum eher. Break Room. Ja. Okay, das ist ein Checkpoint-Room. Also wohl eher hier hinten, wo ich gerade schon abgestützt bin. Test Chamber 1 Checkpoint. Ja, okay. Dann gehen wir mal durch diesen Raum da. Nicht, dass die Checkpoints jetzt alle schon offen sind. War hier nicht eine Pressure Plate? Ja, die ist aber kaputt gegangen. Wie? Wo genau war die? Keine Ahnung. Irgendwo. Na, wahrscheinlich da, wo Maxi jetzt draufsteht, ne? Ich geb... Ich leg sie kurz mal hin. Wie kann denn die kaputt gehen? Die wurde wahrscheinlich weggefahren, oder? Die weggefahren? Ah. Eh. Da ist falsch, nur mal so. Da soll man runterfallen, ne? Achso. Oh mein Gott. Hat das gerutscht. Scheiße. Hallo. Ach du Kacke. Hier ist alles riesig. Warte, dürfst du mal Clay jetzt abbauen? Ja, nur Clay. Hm, Diamanten. Oh lololol. Das Clay. Ich muss snacken. Meins? Meins? Gleich mal Clay mitnehmen. Ja, nee. Dürfen wir eh nicht platzieren, also. Naja. Gut, hier sind ganz viele Knöpfe. Da drücken wir jetzt vielleicht erstmal nicht drauf. Oder doch. Da steht irgendwas. Nein, ich hab jemanden verkauft. And you realize everything is four times bigger. Also wenn, als du den Raum betrittst, merkst du, dass alles viel größer ist. Viermal sogar. You don't know what's going on. Du weißt nicht, was los ist. Aber du hoffst, dass du, äh, dieser Realität, äh, was? Reality Bending Dimension, dieser Realitäts-irgendwas-Dimension, äh, entkommst. Ja komm schon, also Bending wirst du wohl noch übersetzen können. Nein. Ey, Knöpfchen drücken. Ja. Wiegen. Wiegen? Wiegen. Ah, Bender. Cool. Wieder was gelernt. Ich drück jetzt einfach mal an das. Was soll das darstellen? Vielleicht sind das Lichtschalter, die eigentlich jetzt nicht funktionieren müssen. Alter, ja! Das könnte echt sein. Hm, naja. Okay. Okay. Das sind Toiletten oder was? Äh, so. Ähm. Hab ich schon mal eine Toilette gesehen? Ja, oh mein Gott, das ist wirklich eine. Du tauchst, äh, du, äh, ja, Approach, hier kommst an, äh, bei etwas, was wie eine riesige Toilette aussieht. Du suchst, äh, nach einem Ausgang, war da, dabei, da ist keiner und, ich, du glaubst, dass du weißt, wo es hingeht. Oder? Aber du hoffst, dass die Toilette unbenutzt ist. Ah, unbenutzt. Ja, hab ich eben nicht gelesen, jetzt geraten. Ja, dann werden wir wohl mal in die unbenutzte, hoffentlich unbenutzte Toilette springen, war. Toilettenmonster. Scheißhausmonster. Komm mal, Maxi ist schon zu doof. Ich hab die Leiter nicht gesehen. Natürlich. LOL. Jetzt hab ich sie gesehen. Mhm. Hm, Phil ist schon zu doof. Sieht man jetzt Skype eigentlich aufploppen beim Aufnehmen? Ich hoffe nicht. Kann's haben. Neil ist angekommen, ne? Richtig. Hier hoch. Äh. Hier ist Clay. Ich bin Patrick, ich übersehe alles. Oh, wie viele Diamanten. Toilettenspülung? Äh. Äh, lass mal anders. Genau. Sonst kommen wir hier nicht durch. Was ist hier? Hier ist Wolle. Schwarze Wolle. Äh. Äh, ich weiß, was das ist. Oh. Äh. Das ist braune Wolle, du. Äh. Äh. Ähm. You had the descents seat to actually flush with Hulgert, right? Äh. Nee. Äh. Boah. Brocken. Reindach. Fuck ist das. Äh. Was? Sand? Äh. Ich hoffe, ich bin nicht zu weit weg. Idel. Von zu Hause. Oh ja. Äh. Was steht hier noch? Go. Hier. Use all tree. Free. Use all tree. Ja, hat er mal. Ähm. Ich, was steht hier noch? Nichts. Ich tippe mal, wir brauchen Schleitern. Ich tippe mal, hier fanden Diamanten ein, dann ziemlich geil. Äh, hier fanden. Woah. Da ist ne Kiste, da will ich. Hallo. Es, äh, war eine lange Zeit, äh, seit ich die letzten Besucher hatte. Mein Name ist Flynn. Äh, wenn du es noch nicht, äh, realized hast, äh, bemerkt hast. Hm? Wieso sollten wir? Hm, naja. Ähm. Da sind fünf freundliche Bestien, äh, die dir helfen werden. Und ich bin eine davon. Oh mein Gott. Das ist ein Riesenvieh. Hm. Das ist ein Wal. Ah. Steht übrigens auch da, hast du nicht vorgelesen. I'm a whale. Hm. Oh. Das ist ein Wal, Leute. Hm, ich warte nicht, ich bin Maxi. Hm. Jo. Was heißt Favor? Gefallen. Aha. Ich bitte um einen Gefallen. Ah. Ich leide von einem, äh, Stock wahrscheinlich, einem Splitter. Itch. Auf meinem Rücken. Das ist nämlich Maxi. Ähm, ähm. Allas. Da steht Allas. Und Itch. Itch ist Jucken. Ja, weil dann Splitter ist. Allas. Äh, nee. Ich bin zu, ja, äh, fett. Kratzen. Nein, fett. Scratch. Ich bin nur bei E-Mobile. Ich bin zu fett, um mich zu kratzen. Kannst du bitte, äh, des Jucken, den Grund des Juckens entfernen? Äh, ich will mein, oh mein Gott, Blowhole. Das klingt ja so falsch. Ich werde mein Blasho-loch öffnen. Und du musst dann reinklettern. Oh, ja, viel Glück. Hm. Blowhole. Äh, also da steht nicht, du musst reinklettern, sondern du kannst reinklettern. Alter. Das ist ja so egal. Das glaubst du gar nicht. Buddelt ihn frei. Alter. Der Arme. Der hat da irgendeine Flechte auf dem Ruhm. Au. Und der hat ne Leiter auf dem Rücken, vor allem. Wir retten ihn jetzt mal ganz. Wir sind ja nicht so assig wie zwei andere. Zwei andere? Danke, dass du mir geholfen hast. Jetzt, äh, erzähl ich dir was. Äh, what the fuck. Achso, thinking. Ich hab nur hinkingen gelesen. Wenn du nur daran denkst, hier rauszukommen, musst du fünf farbige Wollblöcke finden von den Bestien. Hier ist die erste. Ja, Dinge werden schwerer werden, sage ich jetzt einfach mal, more challenging. Sei stark, sei stolz. Sprayfest stolz, ne? Mutig. Mutig, ja genau. Viel Glück, Adventurer, Abenteurer. Ja. Keep all the colored wool you get from the beasts. Lass uns leitern, die nehm ich mal. Hammergeil. Ich hab noch Clay, das leg ich aber mal ab. Genau, mein O. Kann ich euch sehen? Was? Was? Hör, ich, der hat seinen Maul auf mich, seh aber ich, hallo. Du hast einen Arsch auf den Mann. Komm her. So, wie müssen wir jetzt? Der Wal ist cool. Zurück, oder? Da, wo wir nicht hochkommen? Genau, ich hab jetzt jetzt... Ja. Zwei Leitern hab ich jetzt. Habt ihr noch Leitern, oder? Nö, ich hab nur die blaue Wolle. Du hast zwei Leitern? Eine, ja. Ah, nice. Wir brauchen nämlich drei. Tschüss, Wal. Schön, Walz. Oh Gott, why? Die Bücherei. Keine gute Zeit, äh, mein Lesen nachzuholen. Das Lesen nachzuholen. Bloß bei dir bleiben. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Nein. Da geht's hoch. Hoch ist immer gut. Dann müssen wir da was... Oh, dann müssen wir da lang. Hey, geht's hoch. Hoch. Aua. Aua. Lol. Ja, hätt' ich mal springen sollen. Fuck. Was war das? Ein Schalter. Was machen wir? Irgendwas um die Ecke aufmachen, glaub' ich auch. Hier unten, ne? Ja. Okay. Ah. Cool, cool. Wieso hat der ne... You mad, bro? What the fuck? Wieso hat der ne Bücherei in der Toilette? Warum hat der ne Toilette in der Bücherei? Hm? Hm? Was ist hier? Hier ist ne Eisentür. Wir müssen über die... Ach du Kacke, ich seh nix. Nicht? Das ist ja auch der Sinn der Sache. Verpiss dich. Verpiss du dich doch! You mad, bro? Also, ich seh' hier gut drin. Deswegen bist du auch gerade runtergefallen, ne? Richtig. Ja, ich hab die leider... Ja. Deswegen bist du auch gerade runtergefallen, ne? Hm. Ey, bei mir wissen die Zuschauer, dass ich ein Noob in Adventure bin. Oh, ja. Okay, man könnte da jetzt noch weiterspringen, warum auch immer. Ich geh' jetzt einfach mal... Ach! Checkpoint ist das, okay. Äh. Es ist hier unten. Ah. Aber nicht benutzen, wenn ihr hier noch nicht wart. Dahin muss ich, okay. LOL! Ja, gut, dass hier ein Checkpoint ist. No. Man könnte ja jetzt so tricky sein und die Helligkeit hochstellen, aber das wäre ja dupig. Ja. Muss ich da jetzt ernsthaft... Oh. Hh.